Namaste und willkommen zum Tag 15 unserer Reise. Heute möchten wir mit dir eines der kraftvollsten Mantras für Heilung teilen. Wenn wir von einem heilenden Mantra sprechen, meinen wir Heilung auf allen Ebenen und in allen Dimensionen. Körperliche Heilung natürlich. Es ist ein kraftvolles Heilensmantra für körperliche Probleme. Wir können es aber auch als ein Mantra sehen, das Beziehungsprobleme oder Probleme in unserem täglichen Leben heilt. Es ist immer gut, sich bei den Mantras daran zu erinnern, besonders bei diesem Mantra für körperliche Heilung, dass die Wirkung des Mantras vielleicht in einer Weise eintreten kann, die wir nicht erwartet haben. Es ist nicht unbedingt so, dass wir nur durch das Chanten des Mantras von einer Krankheit geheilt werden. Es könnte sein, dass dieses Mantra einen Energiekanal öffnet, der es uns erlaubt, mit einem Heiler, Arzt oder einer Heilungsmethode in Verbindung zu kommen, die uns heilt oder die Heilungsprozesse beschleunigt. Es geht also wirklich darum, offen für die Art und Weise zu sein, in der sich die Energie manifestiert, also die Wirkung des Mantras nicht durch unsere Erwartungen zu begrenzen. Ein interessanter Aspekt unserer Mantra-Reise ist das Verständnis, dass jeder Klang selbst Macht besitzt. Wir sind uns natürlich alle einig, dass uns ein Leutesgeräusch erschreckt. Somit können wir zustimmen, dass Klang tatsächlich starken Einfluss auf uns auswirkt. Und diese Mantras sind eine wissenschaftliche Erforschung von Klang. Die alten Weisen Indiens experimentierten mit verschiedenen Klängen und sahen zunächst, was geschah, wenn diese Klänge gesammelt und wiederholt wurden. Dann verfeinerten sie ihr Verständnis immer mehr, bis sie wussten, wie viele Wiederholungen notwendig waren. Wenn wir uns diesen Mantras also mit diesem verstehen und mit dieser Absicht nähern, haben wir die Möglichkeit, die Macht dieser heiligen Klänge zu erfahren. Und es gibt wirklich nichts, was tröstlicher und heilender wäre, als zu hören, wie unsere eigene Stimme die Mantras charntet. Im Englischen haben wir das Wort cleansing. Wenn du das Wort in zwei separate Wörter zerlegst, erhältst du clean, reinigen, und sing, singen. Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Mantras zu sehen. Es ist eine Reinigung für unseren Geist, diese Mantras zu singen. Wenn wir chanten, beginnen wir tatsächlich, unsere innere Welt zu reinigen. Diese Mantras waschen die Spinnweben und die dunkeren Ecken unseres Seins weg. Die Worte des heutigen Mantras sind und bedeuten, gegrüßt sei der himmlische Heiler oder der göttliche Arzt. Und der Name des göttlichen Arztes ist Danvantari. Er ist auch der Schutzpatron des Ayurveda. Es ist ein Mantra, das zum Heilen verwendet wird. Und es wird in Indien auch traditionell während des Zubereitens von Essen verwendet, mit der Absicht, dass die zubereitete Nahrung gut für diejenigen ist, die sie essen, das sie in Kraft und Gesundheit verleiht. Lass uns unsere Augen schließen. Mach dies zu einer Einladung für Danvantari, den großen Geist der Heilung. Über all diesen Mantras ist die Wirkung nicht unbedingt nur auf uns selbst gerichtet, sondern es kann ein Mantra sein, das wir für geliebte Menschen chanten, die heilende Energie gebrauchen können. Am Om Shri Dhanvantre Nama 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 Om Shri Dhan Vantre 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 Namaha 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 Om Shri Dhan Vantre Nama 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 Um Shri Thanh Vantre Nama. 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 Um Shri Thanh Vantre Nama.